Hallo Leute, herzlich Willkommen zu einem neuen Loot Video. Wir sind aktuell hier, teleportet euch da hin und dann könnt ihr hier entlang der Mauer hochlatschen. Das ist der beste Weg. Und dann könnt ihr hier eine kleine süße Quest abschießen für die erste Truhe. So, das müsst ihr in diese Richtung zeigen. Zack. Und dann, 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 zeig das da hin, das zeigt da hin. Und du, mein Herr, zeig es bitte da hin. Habt ihr schon eine Truhe? Die nehmen wir direkt. Und ein Sternchen. Folgt diesem Sternchen hoch. An der Spitze der Ruine. Braucht natürlich ein bisschen Heimung, aber es geht. Schnuggi, was ist fit? Ja, die nickt schon. So, jetzt können wir es fangen und hier einfügen. Und ihr braucht dann noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben weitere Sternchen, damit ihr diese süße Truhe bekommt. Und wir gehen jetzt zum nächsten Spot. Und wir gehen jetzt zum nächsten Spot. Den nächsten Spot findet ihr direkt hier. Wir sind immer noch an derselben Stelle. Wir fliegen... Oh, was mache ich? Wir fliegen einmal runter. So, fang das. Wir sind komplett runter. Als wir ein zweites Sternchen geholt haben, sind wir komplett runter. Und hier ist Nummer drei. Einfach fangen und weg. So, wir haben ja schon einige Sternchen. Wie platzieren die mal? Genau aus dem Grund. Weil ich wusste nicht, wie ich da hochkommen soll. Anscheinend muss man die Sternchen platzieren, damit die Wege sich freischalten. Okay, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, noch einen Stern abzuholen. Und zwar den hier. Wir müssen dafür einmal hier runter. Zack, jetzt können wir hier hoch. Ich weiß nicht, wie hoch ich komme. Vielleicht brauchen wir noch andere Sternchen. Aber probieren wir es einfach mal. Ai, ai, ai. Verwirrung pur. Das Problem ist, dass die Quests und die Rätsel miteinander irgendwie verknüpft sind. Und das verwirrt einen extrem. So, wir haben hier diese Truhe. Und haben auch die Möglichkeit, diese Sternchen abzuholen. Ich muss aber mal gucken, wo das war. Hätte fast einen Stern hier oben vergessen. Den dürft ihr natürlich nicht vergessen. So, ab geht's. Wieder runter. Ah, fuck. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Wo war das gewesen? Da ist es. Nice. So, zack, Hammett. Boah. Diesen Stern habe ich tatsächlich zufällig gefunden. Ihr müsst hier an diese Kante gehen. Und dann... Schaut euch das mal an. Okay. Ich weiß noch nicht, wie genau. Man kann hier hochlaufen. So. So, jetzt muss ich doch irgendwie... Bin ich drüben? Nee, bin ich nicht. Jetzt bin ich drauf und fall runter. Gott. So, jetzt bin ich drauf. Jetzt bin ich runtergefallen. Es muss doch irgendwie... ...ne Stufe sein. Irgendwie muss es doch Sinn ergeben. Aber obwohl... ...ich könnte auch so hochklettern. Und einfach runterspringen. Weil das ist mir zu blöd... ...diese Stufe hier. Stieg blöd. So, zack. So, im Endeffekt... ...könnte man doch hier stehen, oder? Yes. So ist es. Das ist dieser Weg, was ich gerade eben genannt habe. Ihr könnt hier hochlatschen und dann... ...hier rein. Wenn ihr hier drin seid... ...dann gibt es... ...verschiedene Mechaniken. Zack. 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 Jetzt haben wir es schon mal. Und da oben ist noch was. Zack. So, nice. Das ist die erste Truhe. Jetzt kommen wir hier hoch. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge richtig war. Aber ich denke mal... ...es hat ja... ...gewirkt. Also ist alles richtig. So, heilen wir uns mal. So, zack, 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 zack. Weck mit dir, du Pups. Heilen wir den mal. So, wir sind hier angekommen und... ...haben keinen Schlüssel. ...bestimmt irgendwo versteckt. Nein. Hier komme ich hoch. Also es sieht so aus, als würde ich hier hochkommen. Deswegen probieren wir es mal. Zack. ...oder auch nicht. Hier an dieser Kante vielleicht. Yes. Sieht nach einem Weg aus. Ich weiß nicht, ob es mir helfen wird, aber es sieht auf jeden Fall nach einem Weg aus. Yes. Okay. Was haben wir hier? Erstmal umschauen. What? Okay. Was ist denn das? Das muss ich auch zum ersten Mal. Die kann ich nicht betätigen. Ist es Eis? Nein. Echt seltsam. Hier kann ich durch. No, yes. So, das haben wir noch. Haben wir noch etwas? Nee, hier komme ich nicht weiter. Okay, hier komme ich nicht weiter. Aber wir haben hier... ...moment. Boah, das sehe ich ja zum ersten Mal. Ah. Ah, interesting. Ist echt interessant. Zack. Zack. Die Fakten sind plötzlich alle, müssen wir sie jetzt in einer bestimmten Reihenfolge anzünden. Das ist wirklich lästig, wenn es doch nur einen Weg gibt, direkt die richtige Reihenfolge zu erkennen. Ach, leck mich. Okay. Zack. 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 Da haben wir es. So, wir haben die richtige Reihenfolge. Aber meine nächste Frage ist... Was gibt es hier oben? Ach, wir sind hier angekommen. Krass. Krass. So, wo sind wir hier gelandet? Wir sind hier gelandet. Okay. Hier gibt es... Ich sehe keiner. Okay. Hier ist einer. Ah, da hinten sind welche. Okay, dann müssen wir hier hinten anfangen. Weil so schnell kann ich da nicht hoch. Was machst du hier? So, dich haben wir gekillt. Was gibt es hier? Okay, wir haben einen Schlüssel gefunden. Diese Schlüssel brauchen wir später. Zeige ich euch auch wo. Okay, da hinten gibt es nichts mehr. Wir laufen dann aber nochmal hier raus und schauen uns das mal an. So, war es eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay, das hat gereicht anscheinend. Wir haben die Truhe. Nice. So, das haben wir freigeschaltet. Jetzt schauen wir uns noch einmal um und dann können wir weggehen. Jetzt haben wir auch unseren Schlüssel für den nächsten Bereich. Hier gibt es aber noch was. Zack. Jetzt haben wir das Ding kaputt. Und dann kommen wir hoch genug, um diese verdammte Truhe zu nehmen. So, zack. Let's go. Jetzt sieht es doch gut aus. Und? Yes, sir. Ja, mit der Truhe. Let's go. Das Ding haben wir hier hinten auch aktiviert. Nice. Sonny ist weg. Wir sind hier nochmal zurückgelaufen, denn wir haben ja einen Schlüssel gefunden. Mit dem Schlüssel kriegen wir diese Tür oben auf. So, zack. Diese Tür müsste irgendwo da sein. So. Und? Hier haben wir noch einen Schlüssel. Machen wir mal die ganzen Sachen hier kaputt. Da oben noch. Gut. Passt. Das nehmen wir mit. Okay. Und hier ist noch ein Sternchen. Probieren wir es noch einmal. So, wir laufen mal direkt da hin. Jetzt haben wir es. Nice. Nice. Die Sternchen können wir jetzt fangen. Scheiß, die Mache kaputt. Den Nerven. Und jetzt können wir hoch. Endlich. Ich muss auch sagen, dass wir jetzt viel durcheinander gepästet haben, weil es anders nicht ging. Ich werde von anderen Videos was dazu mischen. Und notfalls auch die Verlinkungen einpacken, damit ihr jederzeit durchkommt. So, wir haben noch zwei. Zack. Und da haben wir unsere Truhe. Mit diesem Video sind wir durch. Ich weiß nicht, was macht das hier? Was passiert hier noch? Das will ich noch sehen. Aha. Ich glaube ja, das ist für unser nächstes Video, weil wir müssen eh noch hochgehen. Für die eine Quest. Ich bin ja einmal durch. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Ich bin ja mal. Ich bin ja mal. Ich bin ja mal.